Wen haben wir denn da? Timmy, komm ruhig rein. Guten Tag. Justus, dein Geringverdienerfreund ist da. Und wo schlafe ich? Also mir würde es auch reichen, wenn ich auf dem Boden schlafen könnte. Keine falsche Bescheidenheit. Such dir einfach irgendein Gästezimmer aus. Ah, dann nehme ich dieses Zimmer hier. Was habt ihr denn so zu essen da? Ich glaube nicht, dass wir noch was da haben, aber du kannst gerne mal nachschauen. Ihr habt noch voll viele Pizzen. Markenpizzen auch noch. Ach die, ja. Das ist doch nichts Besonderes. Soll ich dir auch eine machen? Na gut, dann nehme ich auch eine Pizza. Alter, kannst du keine Pizza schneiden oder was? Ähm, sagen wir einfach, du schneidest meine Pizza.